Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Fall Guys. Jetzt sind wir wieder zu dritt, das Dream Team. In der letzten Runde sind wir leider von Runde zu Runde ausgeschüttet, aber jetzt kommen wir alle ins Finale. Viel Spaß. Drückt bereit ihr, kleine Dödel. Ja, ich bin so ziemlich absolut bereit, also sehr viel bereit sein kann man so. Ja, ich seh's gerade, keiner von euch. Wo kann man noch bereit? Achso, hier. Der grüne Knopf, der grüne Knopf. Der grüne Knopf, der grüne Knopf. Ich habe aber den roten gedrückt, unseres Gegens. Tja, dann sind sie farbenblind. Weil ich ja auch rot bin. Nicht blau. Tundralauf, so geht's. Überwinde die frostigen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Okay, das ist so eine Art Parcourslauf. Runterfallen kann man da auch, oder? Wow. Ich glaube schon. Oida Mo, was ist denn das? Ich glaube aber, dann ist es nicht vorbei, sondern du wirst wieder gespawnt. Das schaut heftig aus. Oh ja. Alter. Aha. Alter. Und das gleich in der ersten Runde. Puh. Mal gucken, ob wir das alle schaffen. Ich würde einfach sagen, drauf los. Läuft. Und go. Abfahrt. Boah, da ist ein... Boah, er hat mich fast erwischt. Schön ausweichen, schön ausweichen. Ey, ey, ihr Drödel-Boys. Sie müssen mich alle wegschieben hier. Boah, wieder knapp wie sauer. Wieder knapp wie sauer. Oha. Alter, ihr... Friedo ist wieder fast ganz weit vorne, ey. Hast du gesehen, wie es den weggefetzt hat? Boah. Boah, nein. Boah, ich bin wie Superman gegen die Wand geflogen. Jawohl. Du bist schon drüben. Du krasser Dude. Du auch. Shit, Mann. Mann, verfiss dich doch. Ach, ihr seid ja noch... Ihr habt ja noch gar nicht qualifiziert. Oh, du bist hier oben, ey. Ohne Witz. Jawohl. Ich bin drüben. Jawohl. Gestafft. Alter. Auf geht's, was da kommt. Ich weiß nicht wie. Ich weiß auch nicht... Hä? Sieht man... Wie viel Platz man ist? Oh nein, jetzt hab ich echt die Glocke weggekickt. Oh, war das mies. Alter, war das mies. Oh nein. Schon wieder. Was treibt denn der Boah, hä? Gleich drauf, komm, komm. Jawohl. Alter. Schwere Geburt. Alter, hast du dich jetzt aber angestellt. Ja, ich hab mich angestellt, ey. Hier geht's um die Spannung. Er hat Spannung anzunehmen. Genau. Das war so aufregend. Oh mein Gott. Das war so... Arschwasser ist gelaufen. Gut. Alle haben wir uns qualifiziert. Das war cool, auf jeden Fall. Das war ein richtig, richtig geiles Game. Schöne erste Runde, Junge. Mhm. Da waren es nur noch 29. Gut, was kommt jetzt? Man hat schon so einen Leistungsdruck, ey. Man möchte es schaffen, man möchte nicht rausfliegen. Es ist wie... Oho, Fridos Achillesferse. Ja. Spring über den Drehbalken oder lass dich mitschneifen. Das hat ja super funktioniert vorher. Geiles Runde. So, jetzt. Jetzt kriegen wir es alle hin. Jawoll. Ist schon wieder ein Dino dabei. Ach, die können einen auch runterschubsen, gell? Ja. Ja, so leichter. Ach, man kann einen auch mit RT packen jetzt. Jetzt? So hat dich der letzte versucht runterzuschubsen. Ja klar. Was richtig nervt, ist diese scheiß Pinke hier. Da siehst du immer das Grüne nicht. Ich lauf einfach entgegen. Das war so. Boah, da sind echt viele unterwegs, Leute. Oh, du Scheiße. Nein, Scheiße. Boah. Alter, war das so. Alter, war das so. Alter, ich muss mich so konzentrieren. Nein. Aber frag, Alter. Ich bin rausgefallen. Ich hab's sogar eine Erfragung bekommen. Für was? Krempel beim Rollen auf dem Boden. Drei Leute an. Okay. Ach, nö, Alter. Und noch ein Erfolg. Echter Rüpel. Ach, sie. Schubst du die mal. Den Manu hat's rausgefetzt. Oh, Schade. Dem, dem, dem. Oh, dieses Mal hat's mich erwischt. Ich hab das völlig falsch angegangen. Oh, jetzt kommt ein Fußbremse. Nein, oder? Achso, ich dachte, das wäre ich das gleiche. Ausweichmanöver. So geht's. Weiche fliegenden Früchten aus und renne das Förderband hoch, um die Ziellinie zu erreichen. Okay. Also müssen wir Zachen ausweichen. Ha. Das sieht nicht so schwer aus, aber ich denke mal, das wird nicht so einfach. Laufen wir, laufen wir. Oh, guck mal, da kommt's sogar. Aha. Alter, mich hat's direkt weggefetzt. Was zur Hölle? Shit. Shit. Stark. Ah. Stark, Alter. Gott sei mir richtig hinterher. Schneller, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Oh. Was zur Hölle? Die Blaubeeren. Oh, wieder die Erdbeere der Verzweiflung, ey. Oh, und zweimal Erdbeere. Und nochmal. Und das ist noch der Ball. Ist das dein Ernst? Alter, ich hab's gerade richtig. Friedo, du musst springen. Friedo, du musst springen. Ja, ich tue es doch. Oh, oh. Oh, fuck, Mann, ey. Noch hoch zu kommen ist so schwierig. Und runter geht es so schnell. Das ist echt unfair. Oh. Alter, mich kickt alles weg. Nee, laufen ist besser. Ich lauf jetzt und hab's geschafft. Ah, C fix. Okay. Das sieht tatsächlich besser aus. Ja, ich versuch. Nicht springen, lauf einfach. Jetzt mal. Ich versuch. Ich geb mein Bestes. Oh, nein. Das war knapp. Du könntest der letzte sein. Ach, laber mich. Echt jetzt? Oh, mein Gott. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Leck mir, Mioi. Shit. Du Glücksbärchen. Tja, das war Können. Pures Können. Ei, 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 ei. Shit, war das knapp. Boah, das war eine krasse Runde. Ey, wer hätte gedacht, dass das Springen nicht gut ist? Am Anfang hattest du gewirkt, jetzt wär's besser. Ja, vielleicht besser. Na? Oh. Aber durch das Laufen kannst du den Früchten besser ausweichen. Krakenalarm. Weil wenn du springst, fliegen die dir komplett in. Ja, ja. So, Krakenalarm, das kennen wir ja schon. Aus Folge 1, wenn ihr es nicht kennt. Okay. Da könnt... Man darf aber nicht stehen bleiben. Ne, du kannst schon stehen bleiben, theoretisch. Aber du musst halt aufpassen, dass... Ich wollte gerade einen runterschubsen. Ich trottel. Junge. Ich bin... Ja, ich bin... Ich... Ich habe auf jeden Fall Erfolg dafür gekonnt. Alles will er verfolgen. Du bist so ein Idiot, man. Der springt einfach zwischen zwei Plattformen ein. Mit einem Hecht da. Ne, das war ich nicht. Hecht war ich nicht. Ne, aber ich bin richtig dämlich ins Wasser gefallen. Aber du wolltest wenigstens mit einem Erfolg bringen. Und zwar qualifiziere dich unter den ersten 10, obwohl du 10 mal hingefallen bist. Oder irgendwie so. Da, ich schub sie runter, schon. Vorsichtig. Vorsichtig. Komm schon, Frido. Achtung, Achtung, Achtung. Es fällt, es fällt. Oh nein. Oh, ausgeschieden. Alter, ich habe bloß Wasser. Oh. Schade. Tja, leider sind wir wieder alle ausgeschieden und keiner ist Erster geworden. Aber wir werden noch eine Runde spielen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, meine Freunde. Servus. Ciao. Macht's gut. Bitte. Reingehauen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.